recht herzlich willkommen zur 37 folge von aber wir haben ja oder ich habe hier letztes mal diese schicken astroiden noch abgebaut oder mehrere auf jeden fall jetzt ist hier irgendwo in der nähe glaube da ne das ist ein tor sollten eigentlich ein paar dinge aufgetaucht sein wie heißt es aber ich glaube die sind gar nicht mehr da kann das sein wenn man abspeichert verschwinden die vielleicht dann ist das auch gut dann lassen wir das mal so gehen wir mal hier auf bergbau und dann bauen wir den ab oder die entfernung geht das denn jetzt geht da brauchen wir noch ein bisschen ab der ist ja glaube nicht groß oder und dann kriegen wir noch ein bisschen titan oder können wir wieder raum aus raum ausbauen toll ne frachtraum ausbauen das macht nämlich sinn dass wir transportieren so ein bisschen größere brocken hier fast schon weg leider geht er nicht mit automatik das wäre vielleicht auch noch ganz cool gewesen das hier ist der größte brockenholder dran noch 2.992 immer jetzt in dieser rutsche schon knapp 500 aufgenommen 600 600 ja bringt es ne so den nicht irgendwo war noch einer das ist er nicht irgendwo war eigentlich noch ein titan Asteroid das keine da ist er den baum auch schnell ab schnell weg na das ist eine dickere stelle das muss ein großes loch geben hat es aber nicht aber er ist auch schon ein riesen ding gewesen aber das ist wieder eine große stelle okay hätte ich jetzt nicht gedacht dass das so viel da abbaut das ist auch ein großer brocken dann dauert das ja ewig hier dieses teil ja ne da allerdings wird es noch ein dann würde ich einsammeln als ob ich ihn glaube die könnte auch weg zu nah dran oder so kann das sein so wo ist auch noch ein dicker brocken 4182 haben wir da können wir einiges mitbauen ich glaube der untere der ist auch noch ein bisschen dicker hier oder na geht schneller so dann haben wir aber auch schon ein teil ist noch das war es gut da sammeln wir auch noch ein und dann müssen wir überlegen wo wir weiterhin wollen beziehungsweise wir können mal hier ins schwarze brett gucken ob es da was gibt ohja die frohen kupfer die von 20 minuten in einer gelegenenstation die anzahlung müssen wir machen und dann müssen wir das abbringen und kriegen nochmal den ähnlichen betrag fliegen wir mal näher ran die anderen vielleicht auch noch so was da wollte ich nicht da wollte ich aber auch nicht da die von gold das lohnt sich ein bisschen mehr danach wo die belohnung von dem anderen besser ist jetzt haben wir denn noch hier da nur einer da ist er was sagt das schwarze brett lieferung platin da ist das gleiche wie gerade bei dingens anderen fuhrer hier haben keinen auftrag ja das war die nächste genau dann ist nur eine war das die gold lieferung ich glaube ja ne 99 gold und hier war platin war das auch 99 ne das ist auch gold ok dann war das da wahrscheinlich das platin ne das ist silber muss ist die gewählte da ist es platin genau das nur 79 ich glaube das nehmen wir fliegen wir da mal hin ist natürlich weit weg ne hier ist jetzt ein Astroidengürtel will ich jetzt auch nicht gerade beschleunigen ne obwohl ich sehe nix da war auch noch gerade ein titanenrocken müssen wir da hin ne ok ich glaube da kommen wir der station jetzt nah nochmal titan jetzt ja auch ein docking port ah nicht ausgewählt super das ist die station aber ne 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 das ist ja gar nicht super ne 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 genau dies ist so a so da müssen wir erst andocken ist klar ne Sonst kann man nicht laden. So. Schwarzes Brett. Akzeptieren. Haben wir erhalten. Und jetzt müssen wir 236, 352 anvisieren. 236, ist das da? Ne. Ja, das ist wieder so schön, dass man das dann schnell vergisst. Wo war das jetzt? Wo ist der? Ne, da sind wir ja falsch. Spielermenü ist richtig. Da sind wir. 236, 352. 236, 352. 236, 352, ach da. Easy going, ne? Das Frage zur Ausrufungzeit habe ich nicht gesehen, weil es da direkt dran ist, ne? Gut, das bedeutet, wir brauchen ein Tor, und zwar ein Südwest-Tor. Das ist das Südost-Tor, da muss das ja gegenüber sein, eigentlich so ungefähr, ne? Wo ist denn das? Nicht wirklich, da oben ist noch ein Tor, da ist es aber auf jeden Fall. Dann lass uns mal gerade hier vorbei wegfliegen. Ist ja auch gleich um der Eckart, das ist auch gut, ne? Mal hier so viel Dingens. Aber wir müssen jetzt erst unseren Auftrag erfüllen. Nützt ja nix, ne? Da sind wir durch. So. Da sind jetzt hier die Ressourcendepot. Ich weiß gar nicht, wo wir es hinliefern müssen. Schwarzes Brett, die haben nix. Da ist noch eine andere Station, die erscheint mir dann eher dafür zuständig. Die Funk-Helium. Das ist was Falsches. Also, Falsches nicht, aber das ist jetzt nicht das, was wir machen müssen. Kein Auftrag. Da ist noch was. Die brauchen 100 Stoff, alles klar. Ja. Die sind es auch nicht. Das Biogas muss hier irgendwo hingeliefert werden. Lass uns mal schnell gucken, wo wir das hier sehen. Carbon Extraktor S ist die Adresse. Carbon Extraktor. Das ist er dann also. Ja. Dann mal auf 63. Eine Ecke hinzufliegen. Da links sind noch so ein paar schöne Schiffe, aber da fliegen wir mal gerade auf Kust vorbei. Ich hoffe, hier ist gerade nichts auf dem Weg. Das waren Astroiden oder so, ne? Geht, ne? Die Batterie hat es auch gebracht, dass wir die eingebaut haben. Das Schiff kommt schneller ran, als ich dachte. Das Dock da ist wohl... Ne, das ist kein Dock. Dann nehmen wir das da. Das sieht am einfachsten aus. So. 4, 3, 2, und docken. Und liefern. Shoot. So, seitlich. Seitlich kommt man da schlecht weg, wenn man gerade merkt, ne? Die haben ja jetzt keine Aufgabe hier, ne, oder? Ne, haben die nicht. Die da hinten. Und die was für uns? Nein, haben sie auch nicht. Da sind jetzt die Bösen. Was ist da? Ne, Pio, und... Lieferung Biogas, Ressourcenknappheit, Mais brauchen sie. 150 Biogas, 150 Biogas, eine sehr... an einer nahegelegene Station. Lohn tut sich das nicht wirklich mit 17.000, ne? Da gibt es bessere Geschäfte bestimmt. Und... Da unten... Gas-Kollektor... Helium... Noch weniger, bringt es also nicht. Den hat man schon, ne? Kristallfarb... Kein Auftrag verfügbar. Ja. Da oben nehmen wir noch was. So, Ressourcendepot, schwarzes Brett, nix drunter. Ich glaube mal, dann fliegen wir zu einem Tor und gucken dann weiter, oder? Jo, aber ich denke mal, für die Folge soll es dann auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.